Cinco Sirenitas te llevarán Wer ich bin? Eine gewöhnliche Frau. Ich schreibe Verse. Ich gebe Unterricht. Ich gehe täglich durch dieselben Straßen. Ich wiederhole dieselben Gesten. Ich sage immer dieselben Worte. Alfonsina ist eine Errichtung. Eine Frau, die nicht die Normen, die Frauen und ihre Zeit hatten. Eine Feministische Kämpfer. Ich finde es, ich denke. Wir holen ein Buch, wo man es der Liebe, und alles, man sieht, dass es sehr modern ist. Die Jahre lang sind es sehr temporär. Es ist sehr temporär, mit dem Liebe. Das Lema des «Sin Dios, ni Patrón, ni Marido» ist, zumindest in der Predigt des Feminismus «Ligada Ideas Anarchistas». Sie nannten mich Alfonsina, ein arabischer Name, er bedeutet «Bereit zu allem». «Entonces, buen hombre, preténdeme Nibia, preténdeme Casta, preténdeme Alba». «Oh!»